Es hat jetzt gerade eben hier auch noch... Also, noch zwei Blocks südlich und nochmal drei Blocks westlich, äh, östlich. Also, da kannst du nicht rüber schießen, dafür sind wir zu weit weg. Dafür sind wir zu weit weg. In 300 Meter sind's. Nee, das klappt irgendwie nicht. Habt ihr eigentlich so mich bei euch eigentlich oder ist es bei euch erst gerade ruhig? Es ist sehr ruhig, also rein theoretisch könnte man auch mal rüber gehen und anklopfen. Ich fühle mich sterben mit dem Equip, das ist doof. Ihr könnt mich mal, ich hab'n Schreit. Naja, du verlierst, du verlierst nur Gürtel, ne? Ich weiß nicht, was du noch alles dabei hast. Du verlierst nur Gürtel? Äh, du behältst Gürtel. Ich wollte gerade sagen, deswegen. Das möchte ich jetzt nicht verlieren, also... Ich weiß nicht, was du alles dabei hast, deshalb. Rucksack ist voll. Okay, alles klar. Du musst extra sterben und nur jeweils ein Grashalm reinpacken. Und die freuen sich dann eher... Die im Kaltgöter, das war gut. Du verlierst ja auch Wellness, ne? Ja, aber noch eine. Ach ja. Oh. Habt ihr hier schon alles gelootet auf dem Dach? Ja, ne? So wie ich euch kenne. Ja, hier ist nicht viel. Ich sollte die Fackel mal ausmachen. Das ist... Mach doch nichts. Am besten, wenn wir mit dem Mining-Handy oben stehen leuchten. Schau doch mal die Fackel aus. Ich könnte mal morsen. Multisteam ist keine gute Idee. Okay, warum? Ach so. Das ist shit. Ich dachte gerade, du fällst irgendwo runter. Oh, du bist gleich witzig. Ich bin leicht witzig. Ich weiß. Was macht ihr denn da? Schießt jemand von euch mit Pfeilen? Ja. Ja. Wer wird überrannt? Zombies oder was? Ja. Aber die kommen auch gar nicht bei uns rein, wenn ihr in der Basis seid. Ah, shit. Das sehen die noch anders. In die Basis kommen die gar nicht rein. Natürlich. Das sehen die noch anders. Die Spider kommen die rein. Ja, da ist eine Klappe obendrauf. Also haben wir nicht gesetzt. Yo. Jetzt wissen wir es. Okay. Aber ihr habt ja Waffen. Damit könnt ihr euch eigentlich verteidigen. Wir haben gerade eine Horde bei uns. Aber durch das Bedrock. Das Bedrock ist unzerstörbar, wollte ich sagen. Die Wände sind unzerstörbar. Ja, wir haben aber die Tür zerstört. Die Tür ist eigentlich das Härteste, was es im Spiel gibt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass... Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwie... Zehn Zombies da weniger als eine halbe Stunde brauchen, um die kaputt zu machen. Naja, komm nochmal zurück. Komm, guck dir das Desaster hier an. Die Tür ist echt weg. Kann ich nicht mal schießen. Das ist die U-Boot-Tür gewesen, ne? Die ist das Stabilzeste, was es gibt. Ach, Schina, das ist schade. Ich hab gerade irgendwie hier eine scheiß Position für den Meinen, um mich auf die Zombies einzudraschen. Mittendrin. Ja, draußen. Ich kann versuchen rüberzukommen. Aber ich muss einfach den einen abknallen, der hier rumrennt. Hau ab, geh in die Hütte rein. Hinde dir jetzt die Tür auf in deine Villa. Weiter rechts, meinte ich. Jetzt sollst du geradeaus in die Nacht hinein. Ich krieg die. Ich seh den Zombie. Ich hör die anderen kloppen. Echt? Ich halte nur, ich halte nur taktischen Abstand. Pass auf, geh mal in die Hocke, wir gehen rüber. Ich bin schon wieder gestorben. Da kommt ein Zombie gerannt da unten. Ja, dann lass uns die erstmal wegmachen. Der ist weg, der ist weg. Okay, pass auf. Ich hab schon drauf geschlossen. Abseilen und dann gehen wir rüber in die Hocke. Mama, ich muss doch gucken, ob die runterhüben kann. Jetzt fangen die hier auch noch das Krabbeln an. Wie geht's? Okay, ich geh runter. Ich schalte mal Options Video wieder auf Light. Right. Okay. Dann haben wir wenigstens eine Chance, irgendwas zu sehen. Okay. Dann versuchen wir zum Gegner zu kommen oder wollen wir zu unserer Basis? Ein bisschen in der Hocke. Also noch ein paar hundert Meter. Wir können bis zum Schembeil, können wir laufen. Einfach in der Hocke bleiben. Wenn wir beieinander bleiben, haben wir eine Chance, wenn einer uns entgegenrennt. Dann können wir nicht wegrotzen. Wir müssen direkt nach Südosten. Wörker, du hast einen Spike Club von mir bekommen oder hatte ich dir keinen? Nee, ich hab keinen. Aber ich hab einen lila Knüppel sonst. Das geht auch. Okay. Attacke! Wo seid ihr? Mit einer Nacht irgendwo, mit einer Stadt. Du müsstest uns eigentlich sehen auf der Karte. Aber am besten nicht Inventar aufmachen, das ist glaube ich sehr laut, ne? In der Hocke bleiben soll, glaube ich, leise sein, wenn du Taschen aufmachst. Ja, aber mein Magen knurrt. Hör mal auf, iss was. Ich laufe jetzt trotzdem ein, es geht etwas schneller. Wegen Zombies brauchen wir uns erstmal keine Sorgen machen. Doch, da steht einer. Mach ihn weg. Da hinten ist einer. Warte. Wir schießen gleichzeitig. Oh, ein dicker sogar noch. Ja, wir schießen gleichzeitig. Ja. Erstmal näher ran, erstmal näher ran. Wenn der kommt, können wir ja immer noch einen Knüppel rausnehmen, äh, rausnehmen, meine ich. Dann packe ich mir einen Knüppel raus. Okay, äh, okay, schießen wir? Jetzt steht er gut? Ja. Ja. Okay, drei, zwei, eins. Keine Gip. Finishing. Läuft er auch. Aber ist der auch tot? Nee, nee, der ist noch nicht tot. Nee, nee, der ist noch nicht tot. So, ein Z-BZ-Spawn ist bei uns drin, jetzt kann ich nicht mehr spawnen. Doch, man ist in der Nähe spawnen. Das geht auch. Theoretisch. Kannst du sagen, ich muss nur klar sein, dass sie diese Schüsse hören von den Bögen, ne? Also, vielleicht sollte man doch lieber klopfen. Also, mit dem Spike. Wau mal, hab ich nicht noch, hat noch jemand noch Forged Iron? Hat jemand, äh, nee, leider nicht. Nur noch ganz viel Scrap Iron. Hat jemand noch irgendwas zu essen in der Tasche? Ähm, eine Dose, zwei Dosen Chili kann ich dir geben. Oh ja, so eine, eine wäre super. Ich habe auch Hunger gerade, stelle ich fest. Ähm, hier, da ist die eine Dose, die andere esse ich auch gerade mal. Wollt ihr Bier haben in der Ausdauer? Ich hätte noch ein Bier über. Ja, ich bin gut dabei gerade, danke. Okay. Hier ist ein Supermarkt, ne? Ja. Das ist so lauter, jetzt rauszugehen. Wie das aussieht, ist wieder rausgelaufen. Zombie, danke dein Fisch. Den habe ich. So, hinter diesem kaputten Haus müsste es dann eigentlich sein. Ne, du kannst auf die Karte gucken. Nein, nein, noch zwei, noch, wir müssen noch mal zwei Blöcke noch. Du loggst weiter in die Richtung. Okay, Vorsicht, Zombie. Also das ist noch eine ganze Ecke. Nein, Vorsicht. Stun, Stun. Hey, die Tante kommt auch. Okay. Wow, die hat mit einem Schlag gelegen, super. Ist der tot? Ja, der steht bei mir. Ach so, der steht bei mir noch. Oh, guck mal den Sonnenaufgang an, sieht das gut aus. Sag mal, wie viel hält das Vieh denn aus? Greenshot. Hat jemand Pillen einstecken? Ich habe keine mitgenommen. Ja, nee. Gib mir mal was. Aber ich kann dir Bandagen abgeben, sonst liegen am Boden. Ich nehme sie weg. Sind wieder gehübt. Wo sind die hingehübt? Gut, ich habe sie nicht. Das ist echt eine Scheiße. Nee, die springen weg. Ach so, okay. Ich such mal mit. Du hast doch eben welche genommen. Du hast doch noch welche in der Hand, oder? Ich habe mal welche da, ja. Dann pack dir mal einen Zombie. Komm, schnell hier. Ja, die Tante hier. Okay, wenn ihr mir mal folgt. Ich bin die Straße gerade ausuntergegangen. Ja, der kommt gleich, Moment. Ja, ja. Wir müssen kurz Filmen austauschen. Der ist umsonst. Ich habe so das Gefühl, am gegnerischen Bunker sollte man noch Horde spawnen. Ja, gerne. Wir haben hier noch welche. Wollt ihr die haben? Ladi, keine Tipps. Also, du hast jetzt geschrieben. Er hat geschrieben, da ist irgendjemand mit einer Pistole durch ein Gebäude gelaufen. Aber ich weiß jetzt gerade eh nicht, welches Gebäude und ich denke auch gar nicht drüber nach. Einfach nicht in Chat lesen beachten. Das muss euch klar sein bei so vielen Leuten, dass man nicht permanent in Chat lesen kann. Also, am Ende dieser Straße, da haben die dann quasi. Okay. Wenn ihr gewonnen habt, dann könnt ihr feiern. So, und wenn ihr mal guckt, ist das, hier kommt noch eine Querstraße und danach sind die Jungs dann da. Wer ist das hier von euch? Kommt jemand aus dem Haus? Ja, ich bin das. Ich bin hier, ja. Da musst du sagen. So, da siehst du, da hinten siehst du es schon. Ja. Alles klar. Bis dann, dass sie die Tür aufhaben. Haben die die Tür? Oh, das wäre gut. Oh, da steht jemand auf dem Dach. Geil, warte, warte. Ich gehe aufs Dach hoch hier. Die Sniperposition holen, schnell. Ach, scheiße. Ich komme ja nicht hoch. Ist hier lang. Ich versuche, noch ein Haus weiter zu kommen. Noch ein Haus weiter können wir auch holen. Oh, nee, hier kommt jemand. Uns ist entgegen. Sehr gut. Oh, ich komme zu dir. Ich komme zu dir, Flo. Ja. Bist du das? Na, da sind sie um die Ecke, um die Ecke. Die Schweine. Oh, wer hat denn hier? Sebi, Sebi ist tot. Ich, oh. Ich habe Sebi erlegt und noch irgendjemand. Ich weiß nicht, wer es war. Du hast Sebi? Der hat 800 Stunden PVP ab sofort. Nicht mehr. Der liegt hier. Nicht mehr. So, jetzt ist da drüben bestimmt Alarm. Bist du das? Läufst du gerade in ein anderes Haus rein? Ich bin in ein Haus reingelaufen, ja. Ja, okay, Vorsicht, Minja, dann ist das Flo. Okay, alles klar. Ja, versucht sich gerade jemand reinzukloppen, warte. Du bist jetzt in dem Nachbarhaus. Die haben die Schreitante da hinten, wie geil ist das denn? Ich bin im Nachbarhaus und... Dein Rucksack liegt noch da in der Hütte. Mhm, danke. Die stehen alle schön auf dem Dach hier. Ich bin unter dem Schuss. Ja, ich schieße zurück. Ja, ich schieße was. Die wollen unohr und den Spaß haben da. Ja, ich merke schon, wir müssen mal da hin. Das ist so geil. Die Zombieschreitante kommt. Ja, die Schreitante kommt. Und die hat geschrien. Wie geschrien hat es das? Dann kommen vielleicht die Zombieschreitante. Die kommt zu dir rein. Ja, ich weiß. Das Doofe ist, wir stehen bei denen. Dann kommt zu uns auch die Horde. Bei uns war gerade die Horde. Nein, ich sag, die kommt dann zu uns, wo wir hier stehen. Deshalb. Boah, mit dem letzten Schuss, ey. Da sie ist noch nicht tot. Jetzt ist sie tot. Ich guck gerade, wie hoch... Wer ist denn? Fahr bis 1, 2, 3, 4, 5. Aua. Ich bin tot. Wer? Wo soll der sein? Fahr bis 1, 2, 3, 4, 5. Ist der hier? Auf dem Server? Hat Hello geschrieben und ist wieder raus. Okay, das finde ich interessant. Ich habe nichts gesehen hier. Ja. Gut. So, ich lebe wieder. Ach, der Keystone liegt bei uns in der Basis direkt. Ne, das ist nicht gut. Kann man den nicht abbauen? Ich habe irgendjemanden erwischt. Oder? Ne. Weil die haben jetzt keine Chance mehr, jemals in unser Basis reinzukommen oder sich dran hochzubauen, ne? Wenn der Keystone hier drin ist, ne? Das ist ein bisschen unfair dann, ne? Da liegt bei denen aber auch ein Keystone drauf. Was? Bei denen ist auch ein Keystone, um auf der Mauer. Ja? Ja. Okay, dann. Dann ist... Dann ist okay. Wenn bei denen ein Keystone auf der Mauer ist. So, wir halten die hier schön unter Beschuss. Ich kümmere mich mal eben um die Schmiede ein bisschen, okay? Mach das. Weil wir haben irgendwie ja noch kein Forge Iron. Da ist eine Abgabe, Minias. Da läuft einer, was fällt. Ich gehe hinterher. Haben wir Holz? Ist das geil, ey. Das macht total Bock. Haben wir... Wir haben kein Holz, ne? Oder? Kann das sein. Wir haben aber Kohlen ungefähr 200. Äh, äh... Stück. Mh... Ja... Potassium auch. Ach doch, da haben wir noch Holz. Alles klar. Oh, sind zwei draußen. Ach, komm. Alleine klar, ne? Ja, die, äh... Kümmern sich gerade um Zombies. Mehr als um uns hier. Ich habe schon drei von denen gekillt. Sehr gut. Ich sehe das gar nicht. Oh, scheiße. Doch, auf der Spielerniste. Rückzug. Ja, ich kann jetzt gerade nicht gucken. Warte. Schnell mal hier in... Boronde versuchst, versuchst. Oh, das ist knapp. So, das passt. Ja, es ist so. Genau, ich halte hier die andere Seite in Schacht. Ist jemand von euch hier draußen bei unserer Basis und hechelt? Oder... Nee. Echt jetzt nicht? Also wenn es hechelt, dann ist es was anderes. Nein, irgendjemand macht immer... Ach, oder bin ich das hier? Ach, ich bin das. Ähm, ist einer von euch beiden irgendwo in ein Gebäude reingelaufen? Nee, ich sitze daneben. Da schießt ihr den Rucksack mitnehmen. Soll ich den Rucksack mitnehmen? Die kriegen schon wieder eine Schreitante. Da kommt schon wieder eine Schreitante zu denen. Echt? Ja. Hier liegt einen Rucksack. Soll ich ihn mitnehmen oder liegen lassen? Ich lasse ihn liegen. Ach so, ja. Weil da ist ja das ganze Equip drin. Ja, aber da ist nicht viel drin. Das müsste meiner sein. Doch, da ist komplett blaue Klamotten und alles. Ach, meine Klamotten. Oh ja, dann nimm die mit. Dann nimm die mit, bitte. Kannst du denn noch was aufnehmen? Sonst komme ich eben zu euch wieder. Ich beschütze ihn. Komm zu mir. Die kriegen jetzt auch eine Horde. Wie geil. Okay, Moment. Dann packe ich unsere Sachen mal eben wieder weg. Bin auf dem Weg. Passt nur auf, dass die uns nicht umlaufen. Also da. Marker von Goro. Nee, nee. Die kriegen jetzt auch gar eine Horde hier. Ecker. Wer ist das? Links sind sie raus. Links sind sie raus. Echt? Linke Hand. Linke Hand. Linke im Haus. Ja. Ich versuche auch, vom Gebäude zu kommen. Ich gehe ran. Bei denen liegen alle Claim-Blöcke. Okay, wenn bei denen mehr als ein Claim-Block liegt, dann kommen wir da im Leben nie rein. Durchs Dach. Ja, aber wir können sie behaken, ne? Wir müssen da ja auch nicht rein. Das ist auch kein Problem. Die haben ja ein Loch oben in der Decke. Boah, Spiele-Kaiser, das ist nicht gut. Nee, ne? Nee. Ich lenke sie ab. Ich zerfüße den Rucksack. Ich zerfüße den Rucksack da oben, wenn es geht. Richtig, eine Bodenplatte. Ah, schönen guten Tag Amalia ist hier. Ich habe dir mal die Woodframes geklaut. Oben auf dem Dach sind welche? Ja. Bin sensed. Von was bin ich sensed? Ja, ein Zombie wahrscheinlich, ne? Ich bin auf dem Weg zu euch. Ich bringe Munition mit. Ich sitze ein paar Meter. Ja. Achso. Ja, habe ich den jetzt nicht. Ich habe jetzt nur ein paar Cockro Bowls, ne? Ja, da fiel einer. Super. Ja, hast es geschafft. Munition. Irgendeiner fiel da. Was ist ich das denn hier? Können wir gleich mit I. I score man. Ja, da gibt es vier. Ja. Ja, sehr gut. Cool. Jetzt raus, links hin raus. Ja, ja, ja. Oh ja. Check mal die Spielerliste. Die Spielerliste sieht gut aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, sieben, sieben. Achso, was? Ich bin hier. Eins, zwei, drei, vier. Grondo, wir sind noch nicht befreundet. Ah, okay, jetzt sind wir wieder befreundet. Alles klar. Wer schießt denn da? Einer ist noch draußen, glaube ich. Einer ist hinter der Hütte. Wollen wir so mal laufen? Ja, komm, wir rennen jetzt über den Hügel hier. Ja, lass uns mal, wieso wir da hin? Flankieren Sie einen auf dem Dach. Achtung. Schießt hier mal weiter. Er ist tot, gerade umgekippt. Oben auf dem Dach ist einer. Ja. Beim Dach um sind zwei. Ich sehe leider nicht, wo es einschlägt hier. Zack. Warum musste ich doch wohl nicht sterben? Oh, wir stehen unter Feuer. Unten ist auch einer aufgetaucht an der Ecke. Ja, ja, die kommen. Ach, hätte ich doch noch ein bisschen Munition. Zwei von euch sind jetzt im Gebäude und die anderen beiden sind draußen auf dem Feld. Okay, alles klar. Die sitzen da unten, die Kollegen. Ja, ich sehe es. Ich logg jetzt auf die andere Seite, dann könnt ihr die vom Haus aus fertig machen. Geht auf das Haus an die Ecke. Lauft ihr direkt an dem Haus am Gegnerischen entlang oder nicht? Nein, nein, wir sind auf dem Hügel oben. Nein, nein, wir sind auf dem Hügel oben. Alles klar. Okay, ist gut. Dann weiß ich Bescheid. Zack, erwischt. Ich bin geiler. Das ist echt geil. Ich habe... Oh, shit. Hat er dich? Ich blute aus, ja. Hast du Bandagen? Ich habe Bandagen, ja, danke. Muss ich mit dem Cosmo höher ziehen? Ja, hoch. Ballistik. Ja, ja, du musst sehr gut vorhören. Da hockt noch jemand im Gras. Ja, auch mit dem Cosmo, ja. Ich sehe niemanden hier. Oh ja, okay. 5,5 Mineras, super. Läuft. Du hörst es an dem Ton. Du hörst es an dem Ton. Wenn du pingst, dann hast du ja die Wand getroffen. Dann habe ich die Wand getroffen, genau. Ich sehe niemanden. Zeht ihr, einer von euch? Ne, ne, die sind alle drin. Wir haben alle zum Klump geschossen. Wahrscheinlich Munition. Wollen wir ran? Ja. Jetzt hätte ich ja gerne eine Pipebomb. Jetzt hätte ich ja gerne eine Pipebomb. Bin dran. Was hältst du von der Kiste, die wir oben aufbauen mit dem Schlafsack? Oder ich gebe dir den Feuerschutz. Wenn wir hochkommen, wenn wir hochkommen, weil da mir liegt ein Rucksack. Vielleicht ist da Munition drin. Da ist gar nichts drin. Er kommt runter, linke Hand springt einer runter. Oh, der hat einen Shotgun. Scheiße. Nein. Hat er dich? Ja, ja. Run. Ja, ha, ha, ha. Kollege. Echt? Der hat einen Shotgun? Der Run rennt ja mit einem Shotgun rum, ja. Mineras, wie war nochmal der Kickbefehl? Einfach nur Kick und dann spielen wir alle anderen. Ja, okay, genau. Meine Wache wird fürchterlich sein. Ich glaube, es reicht Ihnen. Ich brauche die Shotgun. So, ich... Pistolenmunition ist... Ey, die sind noch... Hier sind noch... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Shotguns Pistolen und so weiter drin. Ich nehme das jetzt einfach mal mit. Und tausche das. Alles, was unten liegt, ist leer. Wie kann der denn auf die Distanz mit einem Shotgun treffen, ey? Das ist doch... Ja, ich fahre direkt um den Weg. Er ist tot. Sehr gut. Irgendwas hat mich getroffen, ey. Ne, da ist doch jemand auf dem Dach. Ja, nochmal tot. Ja, komm wieder hoch. Komm aus deinem Loch raus. Ne, jemand rennt jetzt in Richtung Hügel rennt jetzt jemand von... Ah, ich seh's, ja. Bist du da? Fuck, ja, probier ich. Schütz mich einer. Ah, fuck. Ich versuch... Ah, zu spät. Schade. Ah, Forged Iron, ne? Haben wir doch schon mal... 18, ja, super. Übrigens, hab ich schon gesagt, dass ich einen neuen Moderator suche? Machen wir mal Zwischenstand. Machen wir mal Zwischenstand, Herr Kaiser. Du könntest dann... Zwischenstand? Ja, du... Fäkel 7, ja. Ach! Ja, das hol ich nur auf. Warte ab. Okay. Wie sieht's denn bei den anderen aus? Die haben uns aber nicht gut getroffen. Guck mal, run sich zum Beispiel gar nicht in der Liste hier. Aber verdient, dass er einmal mal stirbt, also... Ja. Ich nehme mir nochmal Klamotten raus. Ich weiß nicht, es waren ja mehr da, als wir brauchen, oder? Ich hab auch nochmal rausgenommen. Ich hole mir jetzt mal einen Rucksack... Aber wieso sehe ich... Ich run denn gar nicht in der Spielerliste hier? Achso. Hörst du noch, ich mach... Ich laufe mal eben zurück nach Hause. Ich crafte mir mal eben ein paar Sachen. Wir können auch versuchen, hier in so einen Shotgun-Store reinzugehen und da noch Sachen drin zu finden. Oh, wir haben auch eine Schreitante hier. Meine ich. Ja, ja, gute Idee. Könnte man mal versuchen. Sag, Schreitante liegt. Forge. Dann, ähm, kannst du, ähm... Ich hab 18... Ich hab 18... Ja, ich hab 18 Forge, aber noch eine Tasche. Ich mach mal... Ich geh wieder raus. Kannst du lieber mal versuchen, eben noch nebenbei, ähm... Schießpulver zu kraften? Achso, klar. Da hatten wir ein bisschen was, ne? Ich geh wieder vor. Die kriegen grad eine Mini-Horde ab. Äh, und zwar nimm mal die Kiste über der Forge. Die Kiste über der Forge. Die einfach nehmen, da liegt alles drin, was du brauchst. Hatten wir nicht Bier da drin? Ne, hatten wir nicht, gell? Wir hatten... Ah... Normale Sachen. Man war nur ein Bier, ne? Ne, weil ich, weil ich schnell sprinten will. Er hätt lieber Rotwein, wahrscheinlich. Hab ich ja hier, aber im Spiel... Ne, ich hab Traumdach, Entschuldigung, das Traumdach. Potassium-Nitrate, ähm... Ja, wir haben Potassium-Nitrate-Blöcke, aber die kann man nicht... Kann man nicht umwandeln. Die kannst du doch... Klar. Wie denn? Was weiß ich nicht. Mir wird nur Drop angezeigt. Ging noch immer. Oder vielleicht in der... Oh, das ging immer, genau. Aber... Ne, die kann ich nur noch droppen. Scheiße. Echt? Kannst du die scrappen? Boah, ich krabbel wieder ran. Scrap mal einen. Scrap mal einen. Ne, geht auch nicht. Ich kann wieder scrappen, ich hab nur Drop zur Auswahl. Ach ja, die haben das ja geändert, dass man jetzt gar keine Prozesse im Nightrate-Blöcke mehr kriegt, ne? Mhm. Ich hab die Blöcke aus dem Kreativ-Modus gezogen, hab mir nix dabei gedacht. Dann geht's weiter mit Pfeil im Bogen, wir werden angegriffen. Die kommen. Nein. Aber die anderen müssen ja auch Potassium-Nitrate-Blöcke. Und der Schreitant. Läuft da auf unsere Basis zu? Sonst hätten die... Ich... Wow. Ne, also ich bin noch weiter weg von der Basis. Ich bin noch weiter weg von der Basis. Das könnte sein, dass ihr besuchtet. Ich geh wieder vor. Ja, ich seh gerade, da kommt jemand auf mir laufen. Ja, Horde kommt. Ich hau ab. Ne, Horde, die müssen wir beseitigen. Schreitante. So, ich lauf jetzt auf die... Alles klar, ja. Oder lass die Horde an vorbeilaufen, ne? Das kannst du natürlich auch machen. Ja, das war hier wieder Schreibaby. Ach, geh mal näher ran. Wer ist denn das hier? Ach, du bist das, genau. Alter. Ja. Ach, sie. Eieiei. Wir leuchten hinten mit der Armbrust auf den Berg. Ist das einer von uns? Ne, da ist keiner mit der Armbrust auf den Berg, glaube ich. Du... Oh, schier. Wir müssen die Schreitante zuerst erledigen. Ja, sonst habt ihr wieder Nachschub, ja. Mhm. Was ist denn Rucksack ist denn das hier? Hallo, Fisch. Ja, ich glaube, da kommt einer von hinten angelaufen. Zu unserer Base. Mach doch mit, Boro. Ich tapp mal eben raus. Du siehst komisch aus bei mir. Aber jetzt siehst du wieder besser aus. Ey, du hast nichts an oben rum. Ja, wenn einer zu uns kommt, dann... Ach so. Wir können ja einfach die Leiter hochrennen. Ne, mit... Die Leiter komme ich oben nicht hoch. Die, ähm... Das ist also ein Fake. Das ist gut. Also ich komme... Ich komme... Mit der... Ach, doch, jetzt geht's. Aber er ist sehr umständlich mit der Leiter. Ja, komisch. Okay, wir können mit dem Potassium wirklich nichts machen. Das wäre doch... Dann müssen wir Potassium versorgen, wirklich schnell. Guck mal eben kurz auf dem Map, ob hier irgendwo eine Höhle war, aber... Ja, ist noch nichts aufgedeckt. Nein, im Wald hatte ich genug gefunden. Diese kleinen Haufen, die da rumliegen, ne? Dann kommt einer zu dir hingelaufen. Zu wem? Zu unserer Base. Zu Crea. Ich guck mal kurz im Wald, ob ich hier irgendwo irgendwas entdecke. Ah, jetzt läuft er auf mich zu. Und ich kann nicht laufen. Verdammt. Komisch. Genau, wir sollten uns mal, Hühnchen, ne Klappe machen, dass wir unser Dach dicht machen können. Tova the Only, vielen Dank für deinen Follower. Herzlich willkommen. Irgendjemand ballert hier doch rum. Ich brauche Support an der Basis, dann. Ich bin jetzt gleich wieder da. Okay, ich bin gerade im Wald, aber hier ist kein Potassium zu finden. Wir machen es mit einem Pfeil im Bogen jetzt. Also Support an der gegnischen Basis, wohlgemerkt. Ja. An unserer. Ja, ja, ich würde dann mit Tinko. Am Weg. Ich warte hier oben am Hügel auf euch. Wenn ihr kommt, dann gehe ich runter. Ich laufe außen durch den Wald. Wenn jemand die Grass Instance ganz ausmacht, siehst du noch mehr, gell? Das ist, glaube ich, jetzt auch gerade förderlich mit den ganzen Lags, die ich hier habe. Echt? Also jetzt nicht Lags in dem Sinne, sondern Guckler. Halt die. Tja, das ist super. Dann können wir aber nicht eine Hedge... Oh, sieht aber karg aus hier. Eine Hedge funktioniert mit der Leiter da oben nicht, die wir da gemacht haben. Irgendwie funzt das nicht mit der Hedge und der Leiter. Ne, die Leiter steht da drüber hinaus, deswegen kannst du keinen Hedge draufsetzen. Aber die wird wahrscheinlich immer drüber hinausstehen, ne? Ja. Haben wir keine Stown-Ecks mehr hier. Irgendwie. Haben wir keine Kiste, wo irgendwie Werkzeug von uns drin ist. Hier hinten läuft jemand an einem Hügel. Wer schießt gerade von euch? Ich glaube, wir in Richtung Osten. Außer Altersstadt. Schießt jemand von euch mit der Armbrust? Ich nicht, nein. Ich habe eben geschossen mit der Armbrust. Hat irgendjemand Werkzeug in irgendeine Kiste gelegt? Steineckste oder sowas? Ah, da, okay. Alles klar, ab welcher. Weil ich kann sonst die Leiter nicht weghacken. Das dauert mit der Pickaxe Ewigkeiten. Wer auch immer hier auf mich schießt, der ist ein armseliger Schütze, genauso wie ich. Okay, jetzt versuchen wir das mal.